Hallo, zum zweiten Tag hier auf unserem Roadtrip. Guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Auge hat sich eigentlich ein Wecker gestellt und wollte zum Strand gehen und den Sonnenaufgang filmen, 6.30 Uhr. Dann hat er einfach weiter geschlafen. Und dann bis gerade eben. Ja, ne? Ja. Guckt euch mal diese schöne Aussicht an. Dann gehe ich jetzt mal Brötchen holen. Viel Spaß. Oh, Geld vergessen. Jetzt. Jetzt. Ja, da kann man Brötchen holen. Sieht so aus. So, ich habe jetzt hier Brötchen geholt, weil da ist, glaube ich, auch die Rezeption dabei. Sorry. Ja, war irgendwie so. Ähm, ich dachte, das wäre da oben. Ähm, aber dann kam da schon jemand mit einer Brötchentüte raus. Also dachte ich mir, da gehe ich mal rein. Und da waren dann ja auch die Brötchen. Guten Morgen, dann jetzt auch noch mal von mir. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen in euren Bettchens. Ich habe auch gut geschlafen. Ich bin ziemlich verpennt, wie man vielleicht erkennen kann. Ich habe mich nämlich gestern dazu entschieden, dass ich doch noch oben, ähm, ich habe meine Kamera vergessen. So, jetzt habe ich auch nochmal meine Kamera geschnappt. Hier. Da treffe ich sogar direkt mein Vater. Kann ich auch mal guten Morgen sagen. Guten Morgen. Ich wollte einmal kurz zum Rhein spazieren, danach Brötchen essen oder sowas und dann duschen. Hast du schon Brötchen hier? So heute? Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass der Rhein direkt hier um die Ecke ist. Und zwar genau in die Richtung. Und da werde ich jetzt mal hingehen. Ich bin jetzt hier am Rhein gekommen. Wir suchen uns mal ein schönes Plätzchen, wo man sich hingesellen kann. Oder wo man eventuell ein paar gute Shots einfangen kann. Und dann würde ich sagen, komm mal mit, Leute. Da sind wir noch einfach kurz den Rhein, bevor wir jetzt wahrscheinlich erstmal weiterfahren. Äh, wir haben jetzt den kleinen Rheinspaziergang erledigt. Haben noch ein paar Fotos für den Shop gemacht vom Nice-T-Shirt. Ähm, und dann sehen wir uns wieder. Wir werden hier schon wieder ablegen. Tschüss. Tschüss. Ich habe gerade endlich das Video von gestern fertiggestellt in Köln. Ich muss sagen, das Ende ist eigentlich besser als der Anfang vom Video. Wir fahren gerade durch Bonn und ich glaube, ich werde mich mal ganz kurz aufs Ohr hauen, da es gestern ein bisschen spät wurde. Aber wir sehen trotzdem ein paar cool Ausschnitte, ja. Was dir so ein One-Up-Game. Let's go. Ich stehe jetzt auf dem T4 drauf. Da hinten ist eine richtig krasse Aussicht, die sieht man von hier leider nicht so gut, weil hier so ein paar Bäume vorstehen und sowas. Aber ich muss schon sagen, das ist schon ein komisches Gefühl, auf so einem großen Bulli drauf zu stehen. Eventuell, wenn wir mal eine Möglichkeit finden, wo ranzufahren, wo man dann direkt zum Beispiel runter blicken kann oder sowas, dann werde ich das nochmal machen. Aber als erstes war das schon ganz cool und ihr seht es kurz, wie es da vorne, also da aussieht. Musik Auf geht's. von Karlsruhe, wo wir eine kurze Rast gemacht haben, nach Philipsburg, denn dort gibt es einen schönen See, an dem wir campieren wollen, ähm, nein, also Camping machen wollen, ne, also dieses, was ihr wisst, Ananas, ähm, und direkt in der Nähe davon ist der Rhein, an dem wir uns dann, äh, Gesellen und ich, Jakob, reinschubsen werde, und dann fahren wir jetzt mal dahin. You bring all the worst in me, ooh, you bring all the worst Angekommen beim Campingplatz, Freya und wir parken jetzt erstmal, checken ein, bauen auf und dann gucken wir mal, was uns das so bringt. Ich glaube, einen Sonnenuntergang wird es heute Abend nicht so geil geben, weil es ziemlich dicht bewölkt ist. Aber was der Zufall so bringt, kann ja keiner wissen. Let's go! Oh, oi, gönnt euch mal diesen Lack. Wir gehen jetzt Pizza essen, haben gerade noch was eingekauft, für nebenbei zum Essen und zum Trinken und mal gucken, was wir zu essen. Rein geht's! Ich hoffe, es hat euch gefallen, heute mal kürzer, dafür war der gestrige ja auch länger. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn's in Richtung... Nix in Richtung. Nix in Richtung geht, denn wir bleiben hier den Tag und gucken uns morgen mal an, was wir so machen. Tschüss!